Fifty languages Sixty Sechzig Sechzig At the bank In der Bank In der Bank I would like to open an account. Ich möchte ein Konto eröffnen. Here is my passport. Hier ist mein Pass. And here is my address. Und hier ist meine Adresse. Und hier ist meine Adresse. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. I want to withdraw money from my account. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. I want to pick up the bank statements. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. I want to cash a traveler's check. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. What are the fees? Wie hoch sind die Gebühren? Wie hoch sind die Gebühren? Where should I sign? Wo muss ich unterschreiben? I'm expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Here is my account number. Hier ist meine Kontonummer. Has the money arrived? Is das Geld angekommen? I want to change money. Ich möchte dieses Geld wechseln. I need US dollars. Ich brauche US-Dollar. Ich brauche US-Dollar. Could you please give me small bills? Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Is there an ATM? Gibt es hier einen Geldautomat? How much money can one withdraw? Wie viel Geld kann man abheben? Wie viel Geld kann man abheben? Which credit cards can one use? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Und wie funktioniert das Geld? Und wie clearly erkennen,